Gerda Schnabel hat sich schick gemacht. Immerhin feiert die rüstige Rentnerin heute ihren 90. Geburtstag. Ihre Nachbarin Petra Roan hat eine ganz besondere Überraschung. Gerda Schnabel wird heute das erste Mal in ihrem Leben bei McDonalds essen. Fast Food war bisher kein Begriff in Gerda Schnabels langem Leben. Nach dem Studieren der Speisekarte entscheidet sich die Seniorin für den Big Mac. Der große Moment ist gekommen. Frau Schnabel inspiziert den weltberühmten Burger. Und auch die Art, wie sie hier essen soll, nämlich ohne Besteck, nur mit den Händen, ist der 90-jährigen Suspekt. Und, war es lecker? Untertitelung des ZDF für funk, 2017